Hallo, viele von euch verfolgen uns seit vielen, vielen Wochen und Monaten und sehen, was wir im Ahrtal machen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, uns bei unserer Arbeit ein bisschen zu unterstützen, dann guckt doch einfach mal bei Facebook. Da haben wir eine Spendenkontonummer angegeben. Das Spendenkonto wird von Frank Beckert geführt und da hilft uns jeder Euro, der uns da erreicht. Ja, wir bleiben im Ahrtal und wir brauchen eure Unterstützung, damit das so bleibt. Danke.